Sebastian Kurz verschwindet endgültig aus der Politik, aber seine Art von öffentlichen Auftritten hat lange funktioniert. Und genug, sich ein letztes Mal anzuschauen, wie er auch zum Abschied spricht und welche Strategien und Sprachbilder er benutzt. Sebastian Kurz wird in seiner Abschiedsrede sehr persönlich und hantiert mit sehr vielen Emotionen. Freude, Leidenschaft und Begeisterung nehmen einen zentralen Platz ein. Er möchte zeigen, dass er Positives und Richtiges bewegen wollte. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich meinen Beitrag auch leisten konnte, unser wunderschönes Österreich ein kleines Stück in die richtige Richtung zu bewegen. Fast unmerklich fügt er in diese Beschreibungen der positiven Emotionen ein, dass er sicher auch Fehlentscheidungen getroffen hat. Ich habe selbstverständlich Fehlentscheidungen getroffen. Er relativiert es. Es seien Dinge, die eben so passieren in der Politik, weil man so viele Entscheidungen treffen muss. So sind Menschen eben. Außerdem bleibt er sehr vage und erklärt nicht weiter, was er mit den Fehlern überhaupt meint. Bei seinen Anliegen und Überzeugungen wiederum wird er sehr deutlich. Die fleißigen Gehirn entlastet und Migration darf nicht ungesteuert stattfinden. Hier hat man also ganz schnell die entsprechenden Bilder vor Augen. Das Negative wird generalisiert, das Positive wird personalisiert. Kurz legt auch in dieser Rede wieder eine sich selbst lobende Bescheidenheit an den Tag. Er durfte dienen und führt im nächsten Atemzug aus, wie viele tolle und wichtige Persönlichkeiten er getroffen hat. Sebastian Kurz auf Du und Du mit den wichtigsten Menschen der Welt. Begegnungen mit unglaublichen Persönlichkeiten vom Dalai Lama bis zum Papst. Soll heißen, Sebastian Kurz gehört da dazu. Er ist wichtig. Er verpackt es aber in Ausdrücke einer vermeintlichen Bescheidenheit. Kurz macht aber sehr schnell die Kehrtwende und kommt von der großen Weltbühne auf die vielen Gespräche mit den Menschen im Land. Von ganz oben, ganz schnell, nach ganz unten. Vom Besonderen in den Alltag. Sebastian Kurz kann alles. Das ist das politische Vermächtnis, das Sebastian Kurz von sich selbst zeichnet. Jemand, der angetrieben von positiven Emotionen, selbstlos und bescheiden gearbeitet hat und dabei die Nöte der kleinen Leute erkannt und gleichzeitig auch zum elitären Kreis der Entscheider auf globaler Ebene gehört hat. Er ist einer von uns und noch so viel mehr. Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Eins davon wird die Justiz entscheiden.